Willkommen bei einer neuen Folge von Trouble in Terrorist Town mit Hallo! Allen, die ihr immer kennt. Hallo! Die ihr so kennt hier aufm Kanal. Und der Peter ist direkt bei mir, ich bin innocent. Wenn ich jetzt sterbe, dann schießt Peter mir direkt wieder ins Gesicht. Wenn du jetzt stirbst, schießt Peter mir direkt wieder ins Gesicht. Dann hat Peter mir ins Gesicht geschossen. Geh mal da rein in die Box. Scheiß geh ich da rein, oder? Geh mal da rein in die Box. Geh doch in die Box. Ja, Peter war bei Christian. Peter war bei Christian, Leute. Bei mir hat Christian viel zu spät noch was gesagt. Also jetzt hast du es auch noch zugegeben. Dalu bei mir. Einer wurde erschossen. Okay, Sepp ist sehr aggressiv bei mir angegangen. Vielleicht ist Sepp das. Ja, genau. Bei Dalu bin ich auch mega aggressiv. Hey, ich sag nur. Pass auf. Ich bin das. Wo ist denn Peter hin? Wo war der überhaupt? Ich glaub, Sepp ist der andere. Hier sind zwei Anti-Dentify-Buddies. Ja, dann Sepp und einer von euch beiden. Ja klar, ich war das. Muss ja sein. Ja, ich war das. Es leben doch nur noch vier. Ich war es nicht. Also, ich bin es nicht. Was? Ich geh die ganze Zeit Peter so rum. Ich hab den Shotgun. Die hättest du ja wohl gehört, oder? Ja, aber du bist ja von den Schüssen weggegangen und nicht zu den Schüssen hin. Weil ich die nicht höre und nicht weiß, wo die sind. Mhm. Ich glaub, Sepp ist zart. Ihr beide knüngelt das aus. Nee. Scheiß werd ich auf Dalu schießen. Ich bin ziemlich sicher, dass du da bist. Ja, mach das doch. Dann hast du auf jeden Fall, wenn du Trailer bist. Da ist Sepp. Das ist Sepp. Wenn du Trailer bist. Macht euch. Scheiß. Einer von euch beiden ist es. Ja, Dalu. Dalu ist Trailer mit Peter. Ja. Warte, dann versuch ich, Peter abzusch... Bleibt ihr beieinander? Ja, wir bleiben beieinander. Und ich versuch, Peter zu töten. Und dann will ich das ja richtig hin. Oh. Das war nicht gut. Peter, schon wieder. Peter hat auf mich geschossen mit Melon. Ich leb aber noch. Nicht gut. Das heißt, ihr könnt doch jetzt schießen. Ich bin doch da. Dalu Chase weg. Ich bin doch da. Nein, ich hab verfehlt. Hahaha. Da. Nein, ich hab dich nicht mehr gesehen. Ich dachte, du wärst Dalu hinterher. Da, 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 da. Nö. Sehr gute Runde, Peter. Sehr, sehr, sehr gute Runde, Peter. Dankeschön. Christian, kurze Nachfrage. Warst du bei dir nicht zu spät? Warst du bei dir richtig noch? Ähm, ich hab mich halt vor dem Schuss erschrocken. Das L kam halt schon... Ich war schon in dem Bildschirm. Das stimmt. Okay. Also in der externen Kamera. Ich hab mich einfach erschrocken. Alles klar. Ich wollt's primär wissen. Kann ja mal passieren. Wegen... Das ist halt auch TS teilweise. Ja, aber in dem Fall ja dann nicht. Das wollte ich nur gewusst haben. Ja, Sepp ist halt immer TS. Da muss ich mich mehr zwingen. Sepp hat das schon lange nicht mehr gemacht, muss man ja auch mal sagen. Ja, das stimmt wirklich. Obwohl ich trotzdem nicht... Du brauchst ja auch nicht Sepp zu playen. Am meisten macht das immer noch Jay. Ja. Das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich beende jeden Satz. In dem Moment nehme ich Humphal. Was? Ja, komm Dalu, komm mal her. Wir testen das mal immer. Weg. Ein einzelner Schuss. Erschall in der Ferne. Erschall? Erschall ist kein Wort. Erschall ist schon Schall und Rauf. Immer noch. Das sind alle möglichen, die hier oben liegen. Bram macht hier Quatsch. Vorsicht. Der schmeißt mit Grenados. Das ist mein Raum. Da wurde irgendwer gemacht mit irgendeiner... Ich lebe noch. Ich habe keinen gesehen. Vor meinem Raum, linke Seite. Dann ist Darnung weg. Ich war da nicht. Bram war da nicht. Sepp war da glaube ich auch nicht. Ist das Christian oder Peter? Vor meinem Raum links. Sepp ist bei mir. Ich war ja bei dir hier, wo Bram die Granaten geworfen hat. Hinter dir, Vorsicht, ist Peter. Hallo. Du hast einen Shotgun. Ich glaube der Mr. Chris oder Peter. Also einer von euch beiden. Ja, Christian habe ich halt vergiftet. Okay. Wo schießen? Dann ist Peter oder Sepp der andere. Peter oder Sepp ist der andere. Oder Jay halt. Ich habe Christian getötet. Aua. Wer hat wen da gemacht? Das war richtig gut von Jay. Ja, es war komplett dumm. Es war komplett dumm. Warum hast du das hier gemacht? Ich habe Christian gemacht. Ja, wirklich. Komplett. Ich habe halt nur Unidentified Bodies gesehen. Dacht mir so, alles klar, das ist der Letzte. Ja, das war... Ist halt eine halbe Millisekunde passiert, bevor du in den Raum gelaufen bist. Ja, da war einfach schon das rote Tuch. Peter, der hat was gegen dich. Das war mein Fehler, Peter, sorry. Du solltest ihm ja Mitch geben. Das ist mega Trigger-happy einfach. Das war richtig dumm. Wir kommen in die Folge ja, den kann man nennen. Kann auch passieren, kein Problem. Ja gut. Peter, hast du schon mal aufgefallen, was alles gegen dich passiert hier in dieser Folge? Ja mein Gott. Alle gegen Peter. Alles gegen dich. Alle. Alles easy. Mich hat Peter geschafft. Mal wieder. Stimmt. Du wurdest aber auch von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen. Oh Christian, wir sind wieder zusammen. Die zweite Seite habe ich aber nicht mitbekommen. Oh, meinst du einer von uns mit Traitor? Das wäre hilarious. Kann sein. Oh nein. Oh nein. Megaschiss, jetzt wirst du wahrscheinlich... Na Jay, wolltest du spielen? Nee Brabrabrabrabrabrabrabrabrabra. Brabbi. 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 Ja, für dich. Ich hätte geschossen, beim Fro... Oh, Brabbi! Sepp, Christian oder Peter? Einer von euch ist Traitor. Ich weiß auch keine Waffen. Sepp, Christian oder was? Peter. Einer von euch dreien schonmal. Weil wenn ich alle durchzähle... Nein, nein, nein. Aber ich finde, einer von dreien ist ja schonmal ganz gut, oder? Einer von dreien ist genau der Schnitt, Darlou? Nein! Doch, bei 6... Wenn du selber Traitor bist nicht. Ach so, also bist du Traitor? Nein, der Schnitt wäre das nur wenn du selber Trailer bist. Weißt du? Ram bei mir. DALU! Also einer ist Christian. Ich hab immer noch keine Waffe, ich hab mich so verlaufen. Aber sowas von, ey. Aber sowas von ist doch der DALU. Einer ist Christian. Und der DALU. Hier sind sie alle auf einem Haus. Wo seid ihr denn? Einer ist J. Oh, Sepp, 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 Sepp. Guck mal, da ist der Pera. Du bist doch. Oh, Sepp, mach es nicht. Ich glaub, DALU ist es. Geh wieder raus hier. Geh mal woanders hin, Christian. Geh wieder wieder hier raus. Wo sind die anderen Leute? Oh, Leute. Der wartet nicht. Ich mach nur kurz eine Bombe. Ich mach nur kurz eine Bombe. Ich mach nur kurz eine Bombe. Nur kurz eine Bombe. Alter, Bram. PEDER! Hier haben wir auf mich gesch... Der hat Bram gemacht. Nein, 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 nein. Nee, hat der nicht. Aber hier in dem Raum, da wo PEDER durchgelaufen ist. Ja, PEDER! Kann nicht jemand confirm, da ist links neben einer? Ich trau mich da nicht raus zu... Ron war der Letzte. Können wir Peter nächste Runde einfach anschließen? Hab ich Peter wieder falsch getötet? Nee, Peter ist 100% Traitor jede Runde. Das ist ja wieder Traitor gewesen. Ach, Peter, du... Wir verschwinden jetzt, Peter. Ja, alles klar. Finde ich eine gute Sache. Ja. Jetzt glaube ich Peter direkt am Anfang hinterher. Ja, nein, das sind Punkte, ey. Du verschwinden, ey. Leck mich ja rein. Jetzt los, verschwinde! Das hat mich doch einfach so tragisch jetzt gewesen. Wieso funktioniert das denn? Da fallen mir ja noch ganz andere Sachen ein. Ach, oh Gott, wo sind denn jetzt hier Waffen, ey? Oh ja, immer dieses Waffensuchen. Da gibt es einen Waffenraum, der ist ganz angenehm. Das ist halt alles, was man braucht. Ist uns gerade Dalu entgegen gekommen, weil dann laufen wir definitiv scheiße. Wo ist Peter? Ich glaube, wir werden schon hinterher. Oh, ich brauche viel zu lange. Er lauft auf jeden Fall scheiße. Der Waffenraum ist hinter euch im Treppenhaus. Aber hier sind auch Waffen. Hier habe ich einen richtig geilen Sniper, Junge. Damit mache ich im Nahkampf alle weg, gar kein Ding. Hier sind wir und da unten. Das ist aber eine scheiß Unruhe. Na, Sepp? Hey, ist da gerade schon einer gestorben? Habe ich gerade einen Schrei gehört? Alter, fickt euch alle. Ich sehe keinen und laufe hier einfach rum. Da ist gerade was explodiert. Also, Peter ist KOS. Da ist Sip. Peter hat eine Melon auf mich geschossen. Der brennt gar nicht, Peter. Christian, Christian, Christian. J, J, J. Was brennt ihr den Waffen, also einen dieser Waffenräume? Das nervt. Da schießt doch einer, oder Bram? Peter schießt, glaube ich. Bramsche Theorie. Sepp is it. Da, er schmeißt Granaten hier rein, Bram. Peter wirft Granaten da rein. Da ist einer gerade aufzuschmeißen. Alter! Die war mit Schaden. Die hat direkt auf Bram geschossen. Da geht es gerade ab. Die war mit Schaden. Da geht es gerade richtig ab. J hat direkt auf Bram geschossen. Macht euch alle gegenseitig kaputt. J ist runter weggerafft. J ist runter weggerafft. Der ist hochgekommen und auf Bram ihn rückgeschossen. Ich habe J gekillt. Der hatte gerade so eine... Nee, 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 nee. Der hatte das Unsichtbarkeits-Ding an. Du hast aber nicht geschossen. Ich habe ihn mit der Crowbar gehauen. Der hat gerade geschoppt. Hier ist gerade tatsächlich was verschwunden. Peter schießt. Weiße. Habe ich. Ach man, ey. Gerade, wo ich mich auf Bram konzentriert habe, kommt da die Disco, ey. Und wieder war Peter Trader. Immer aufs Peter schießen einfach. Das ist geil, ne? Peter schießt schon wieder. Hast du eigentlich mit der Crowbar weggemacht? Ne, ne. Hat der nicht. Ich bin halt... Irgendwie war da Feuer, als ich da weggerannt bin. Und das war glaube ich Bramens. Er hat mich getötet. Quasi. Müsste Bramens Feuer gewesen sein. Na gut, da die J noch einen Dick mitgegeben hat. Aber man braucht bei der Möp noch so lange... Nee. Zum Lachen. Alter, ist er gerade wiedergekommen. Den braucht man nicht. Nee. War einfach, weißt du... Not worth a word. What is a word? Worth a word? Dau, 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 Dau. Ist das gold worth? Hier waren doch Granaten oder? Nein. Dalu. Oh nein jetzt geh der Shutucker. Die waren doch Granaten oder nicht in dieser schalte Raum? Wenn du dich gleich umdrehst und schießt, dann sag ich noch ganz schön Christian. Ja genau, schmeiß dich mal. Christian! Aber ich hab mich geschossen, ich hab mich nur umgedreht. Oh, nice. Was ist hier denn schon? Ich hab immer noch keine Waffen. Also ich bin Eno, das heißt Peter ist Trailer. Deine Mutter ist ein Trailer. Ich würd's riskieren. Jawoll, hier sind Waffen. Hier, erstmal raus. Ich würd's nicht riskieren. Und hier. Nein, Peter! Okay, ist egal. Lauf einfach da rein. Alter, da ist Feuer. Was heißt denn 9P? Ich bin da einfach weitergegangen. Da ist überall Feuer. Ist auch Feuer. Wieso sind hier alle bei diesem Raum, ey? Das ist doch scheiße. Ich hätte voll gerne ne heule Waffenraum. Jay ist Trailer die Runde. Da! Da ist Jay. Echt Jay ist Trailer? So, Sepp hier. Auch noch da. Chris, 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 Chris. Dalu mein ich? Alter, ich war mega von mir. Chris, 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 Chris. Eigentlich will ich dahin, wo Dalu ist. Ja, Dalu ist hier. Naja, aber da will ich halt hin. Chris, Dalu, Dalu, Dalu. Dalu, 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 Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Da bin ich eigentlich auch schon rein. Naja, Dalu, Seth. Dalu, Seth. Dalu. Der paut gerade ab. Dalu sitzt da auch noch. Es wird so heiß hier. Was ist denn, Sepp gerade weggelaufen? Ich bin nicht weggelaufen. Ich bin hier. Ich bin in meinem Raum. Dann hat einer meine Identität geklaut. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Christian labert Scheiße. Christian labert Scheiße. Ich bin die ganze Zeit hier und du sagst, ich wäre weggerannt vor deinen Augen. Wo ist denn Dalu jetzt hin? Dalu ist verschwunden. Ich bin weggelaufen. Ja, aber wo ist Dalu hin? Der ist verschwunden. Der ist hier unten runtergelaufen. Der ist hier unten runtergelaufen. Vielleicht ist der uns sichtbar geworden, weil er einen ... Ich bin jetzt oben gefolgt. Eigentlich müsste ich doch ... Hier ist so ein schwarzes Ding. Ist das von der Man oder ist das? Ich bin runtergesprungen. Da war man so hochgegangen. Ach, du bist unten langgelaufen. Ach, da bist du. Ne, das ist Jame. Dalu ist wieder da. Happy. Kannst du da unten einfach im Kreis laufen oder nicht? Jawohl. Der hat geschossen. Ich hab nur noch 99 AP. Der ist vollgelaufen, du Ficker. Du mieser Ficker. Ich sag, ich guck dir jetzt zu. Hallo Jame. Ist er gerade gekauft. Und still und heimlich. Du sagst die ganze Zeit einfach nur ne. Hab ich dich ausgetrunken? Ne, ne, ne. Du weißt gar nicht mehr, wo ich bin, ne. Oh Melon. Au. Lol. Peter. Nen, 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 nen. Ich hab die nicht geschossen. Ich war bei deinem waren geschossen. Ok, also Dalu, Chris und ich konnten da nicht sein. Hä? War das ne richtige Melon oder war das ne Bodenmel? Ne Wandmelde. Wie soll ich die gelegt haben hinter dir vor dir? Du hast die gelegt, als du mich verfolgt hast, du Bobo. Fuck you, du bist ja ... Peter, Bram ist es, er hat auf mich geschlagen ohne Scheiß jetzt! Das stimmt, er hat voll einen reingezogen. Ich warte jetzt, wenn ich... Papi, der hat einen Melon gedroppt. Er hat einen Melon gedroppt. Ich glaub, Sepp ist der andere, der ist nämlich so passiv-aggressiv gewesen. Weil ich als Inno-Sender immer passiv-aggressiv bin. Wer ist das da? 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 Wer ist das da schon wieder? Ich glaub, das ist schon wieder Peter, oder? Wer ist das denn da noch in diesem Scheiß-Ding? Ich seh den nicht richtig. Also Christian hat ja mitverfolgt, er hätte wahrscheinlich da so sein gemacht. Ich hab mich doch gerade gesehen, ich wollte dir nur meinen Namen zeigen. Ey, ey, ich trau euch. Dalu, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Sepp oder Peter. Hast du die Leise irgendwie weggeschaut? Ja, hab ich versteckt. Okay, gut. Sepp oder Peter. Dann kann ich mich verpissen und weggehen. Ja genau, dann geh mal weg und durchgehen. Dann muss ich ja nix verteidigen. Sepp oder Peter. Dalu, lebst du noch? Ja, ich bin ganz in deiner Nähe. Ich guck mal, ob Sepp auf mich schießt. Sepp! Wieso ist Christian für dich safe, Jane? Weil der Dalu hätte, weil er sonst Dalu gemacht hätte. Was da gibt's denn? Das ist ja relativ safe für mich. Ah, Sepp. Ich bin natürlich auch nicht safe, aber ich kann halt nur... Ah, guck mal, da ist ja wieder... Ah, das ist Christian. Nee, Christian ist ja safe. Christian ist eh nur. Das ist Dalu. Das ist Peter! Peter! Dann machst du mich jetzt? Peter! Peter! Du willst es doch auch. Ich lauf einfach durch die Gegend, lass mich in Ruhe. Peter! Na ja, Peter, du suchst die Leiche. Peter oder Sepp, hm? Ich hab die Leiche sogar schon gefunden, aber ich verpiss mich trotzdem einfach. Die Leiche hat sich grad weg teleportiert. Ja, da ist eine Disco explodiert. Ich weiß, wo die Leiche ist. Nein, die Leiche ist wieder weg. Nein, die ist nicht da gewesen. Dalu hat die woanders hingetan. Wo sind denn hier hin? Dalu, lebst du noch? Ja. Okay, gut. Jetzt ist die Leiche weg. Ich wollte mal gucken, wie du reagierst. Was, Sepp? So, also Sepp oder Peter müssen das sein. Sepp hat nix gemacht. Ich steig grad direkt mit dem Gesicht in seiner Schuttgart drin. Vor allem stand so mit dem Rücken zu mir. Hätte ich die wegmachen können. Lass du dir den schönen Käfig schicken. Boah, Dalu, ey! Ich wollt grad abdrücken, weil du die Mellen in der Hand hast. Jay sucht immer noch die Leiche. Ich würd ihn langsam gerne mal töten, ey. Ja, dann töte ich ihn auch. Mach mich doch. Ich hab eh Virus-Punkte. Irgendjemand schlägt mit der Crowbar, was ich ein bisschen faszinierend finde. Ja, hört da rein. Kann man die Türen aufmachen? Stirb ich jetzt gleich, wenn irgendein Traitor gleich Bullshit... Oh, oh, oh. Hippich. Dalu, lebst du noch? Ja. Wir müssen ihn... Vorsicht, Dalu! Wir müssen ihn Lebbestattung machen. Ja, ja. Gut. So, Lebbestattung für Bram. Sepp, lebst du noch? Ne. Sepp kommt auf mich zu. Mellen Launcher! Sepp hat Mellen! Sepp ist das! Die hat sich denied. Die sind beide gegeneinander geflogen. Die Mellens sind gegeneinander geflogen und haben sich in der Mitte getroffen. Hab ich aber Glück gehabt. Was war das denn? Wie bei den coolen... Wie bei Dragon Ball oder so. Wir haben einen Mellen Launcher geschossen. Alter, was war das denn geiles? Ich hab ein HP. Du Arsch, ey. Na schade, ich dachte... coupfil der triggert irgendwann Peter. Bööööööööööööööööööööööööö. Ich hab gewattet. Wieso sollen wir den Peter triggern? Der war ja nicht so drauf und dran, um diese Leute abzuknallen. Dalu ist einfach nicht umgefallen, ey. Aber ich halt auch nicht. Wann sehen wir da sind halt noch so einen fiesen Schuss mitgegeben, ey? Und dann war Johnny plötzlich auch noch ganz easy schussmäßig da drauf, das hat mich시고 verwirrt. Ich? Ja. Ne, wieso? Ich hab ja gesehen wie Dalu getötet hat und du wärst, das wär so ne typische Situation gewesen, wo du als Traitor Dalu gemacht hättest, weil er mit dem Rücken zu dir war. Und deswegen war es für mich ziemlich safe. Hast du keine Shotgun-Munition? Fuck, ich hab mir einen Rifle. Alter, Alter, ich bin fach. Peter, rennt auf mich zu. Peter, Achtung, Feuer hinter dir, Peter. Irgendjemand hat gerade noch einen Shotgun-Schuss auf mich abgesetzt da oben. Warst du da, Dalu? Ich hab nicht geschossen. Nein, das hat super viel Schaden. Irgendjemand hat auf jeden Fall noch da oben. Mein Raum. Ich glaube nicht, dass einer geschossen hat. Ich glaube, da oben ist nur noch ne Brand explodiert. Ich hab doch die Shotgun gehört. Ja, aber ich glaube, dass ne Brandkann hat, der explodiert. Die klingt doch nicht wie die Shotgun. Ja, aber du warst gerade in Panik. Der ist auf jeden Fall ne Brand. Ja, was soll der Scheiß? Ja, was heißt denn, dass dein Raum ja alles ist? Hä? Oh leu. Da wurde Jay gerade gemacht von Bram. Oder andersrum. Bram war's. Bram war Trader. Christian. Christian. Ich bin grad die Leiter aufgekommen. Chill. Ich hab ihn identifiziert. Hier liegt die Leiche im Waffenraum. Ich glaub, Daniel ist es. Peter ist der andere. Sepp. Wir beide two and two. Und er hat ne Melon gelegt. Oben auf der Leiter. Christian ist tot. Wen hattest du jetzt da gefunden? Du hattest... Ne, du hast Bram ist schon tot. Bram ist schon tot. Moment. Okay, das heißt, der der jetzt noch lebt und nicht du oder ich will. Ja, oder du. Nein. Weil kein anderer mehr redet. Ja, natürlich redet er nicht. Ich hab ihn ja überführt. Er will, dass du mich tötest. Ach, Daniel. Sepp, jetzt mach kein Mist. Ich hab 35 Leben. Ja, ich will doch auch nicht auf dich schießen. Wenn du zu mir kommst, muss ich aber auf dich schießen. Ja toll, wenn du mich nicht sagst. Ah! Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er ist Near Death. Alter, wie viel Leben hat's? Also, Christian denn? Ich bin in der Leiche festgehangen. Was ist das denn? Oh, man. Oh, wow. What? Oh, heise. Oh, Herrling. Ganz leichter Sieg für Jaluka. Dicht gefolgt von... Peders. Jalu hat krass angesagt, ich hätte Christian getötet. Lügner. Ja, einer von euch beiden war's ja halt. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir müssen noch mal Elevators and Stairs spielen, oder was? Spiel mal Elevators and Stairs. Hau rein. Tschüss. Geil. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.